Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und ich freue mich auf einen Radfahren mit einem Sonntag heute. Wir hatten mehrere Kinder, die sich hier mal geschaut haben, wie es sich auf dem Rennrad anfühlt und zwar rund um eine gelungene Veranstaltung und auch mit den vielen anderen Sportmöglichkeiten, die es hier wirklich gab. Das ist total geil, dass wir hier so eine musikalische Unterstützung haben. Die Stadtwerke hat dieses Event auch super organisiert und auch die Tour durch Kreiswald war sehr schön. Man hat auch Ecken kennengelernt, wo man sonst normalerweise nicht hinkommt. Ich fand es sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich.